Warum behandeln mich meine Kinder so respektlos? Was kann ich tun? Heute eine kurze, knappe Folge zu diesem Thema, weil ich dazu eine Nachricht bekommen habe über Instagram. Wer mir da noch nicht folgt, folge mir gerne. Da kannst du mir immer direkte Nachrichten schicken, anonym, keiner kriegt das mit. Und ich antworte gerne über Videos oder in meinen Insta-Stories dann zu diesen Fragen. Und das ist eine Frage, wo ich mir dachte, das muss auch auf YouTube nochmal raus, an alle Eltern, die sich angesprochen fühlen. Wenn die Kinder anfangen, ihre Eltern respektlos zu behandeln, egal ob sie jetzt zehn Jahre alt sind, meistens fängt das dann schon noch in der Pubertät an, wo sie sich mehr trauen. Und das, was jetzt kommt und was ich sage, ist kein Angriff an dich als Elternteil. Es ist nicht, dass ich möchte, dass du dich schlecht fühlst oder erniedrigt fühlst. Es geht eher darum, auf etwas zu zeigen, was oft übersehen wird. Und gerade Eltern, die Kinder haben, die sie respektlos behandeln, das sind oft Eltern, die selber respektlos behandelt wurden von ihren Eltern. Immer wenn wir in einer Beziehung sind, haben wir ein Beziehungskonto. In dem Fall jetzt zwischen, ich bleibe mal bei der Mutter, es ist egal, ob Vater oder Mutter, um es einfach zu machen. Zwischen Mutter und Kind gibt es ein Beziehungskonto. Immer dann, wenn die Gefühle des Kindes nicht gewertschätzt werden, sondern ignoriert werden, unterdrückt werden, ziehen wir was von diesem Konto ab. Wir heben ab und kommen schon mal damit ins Minus. Umso mehr das im Alltag passiert, mit vielleicht auch Schimpfen, mit dem Kind nicht sehen, das Kind in gewissen Momenten nicht wertschätzen, umso größer wird das Minus. Irgendwann, wenn das Kind immer älter wird, wird das vom Kind, wie soll ich es in Worten, das Kind wird sich rächen. Das wird es nicht so auf sich sitzen lassen. Es wird ganz viel Groll in sich hegen. Und jetzt gebe ich euch das Beispiel. Wir als Eltern merken ja gar nicht, dass wir gerade beim Kind abheben. Das Beispiel kommt jetzt hier aus meinem nahen Umfeld. Da ist eine wundervolle Mutter. Ihr Kind ist mittlerweile 14 Jahre alt. Sie hat mehrere Kinder. Und dieses Kind fängt an, respektlos zu werden. Ich wiederhole mich, die Mutter ist wundervoll. Sie tut alles für ihre Kinder. Da ich aber viel mitbekomme von der Familie, weiß ich, dass diese Mutter sehr oft das Kind in seinen Emotionen nicht wertschätzt, ohne es bewusst zu machen. Ein Beispiel. Die Mutter kümmert sich immer darum, finanziell alles zu bezahlen. Und es ist auch ein Streitthema mit ihrem Partner. Der versucht immer, sich zu drücken und nicht zu bezahlen. Jetzt zum Beispiel, das eine Beispiel, das Kind wollte Schuhe haben. Und die Mutter meinte, dann gehst du mal deinen Vater fragen. Jedes Mal strecke ich vor, jedes Mal zahle ich. Jetzt kann mal der Papa zahlen. Und das Kind meinte, nein, und das will ich nicht. Und nicht dem Papa. Und dann fing die Mutter an zu schimpfen, jedes Mal zahle ich. Und nur weil du Angst hast, dass der Papa jetzt vielleicht Nein sagen könnte, willst du ihn nicht fragen, als ob das jetzt so schlimm wäre, wenn er Nein sagt. In diesem Moment wird das Gefühl des Kindes, also die Angst, den Vater zu fragen, nicht gewertschätzt. Ich kann natürlich die Mutter verstehen, die einfach genug um die Ohren hat und keinen Bock hat, 160 Euro für noch die Schuhe auszugeben. Aber ich kann auch das Kind verstehen, das einfach Angst hat. Es möchte vom Papa nicht abgelehnt werden, weil der Papa ist ja alles, er ist die Welt. Auch wenn er manchmal gemein sein kann, aber man versucht alles, um ihn aus dem Weg zu gehen, dass er nicht nochmal draufhaut, dass er nicht irgendwas Gemeines sagt. Von der Mutter aus ist es, ja mein Gott, dann sagt er halt Nein. Hauptsache du hast es versucht. Wenn er Ja sagt, dann hast du Glück gehabt. Wenn in solchen Momenten, und es gibt noch viele andere Beispiele, die ich nennen könnte, dass Kind in seinen Gefühlen nicht gewertschätzt wird, indem man es so machen könnte, warum willst du den Papa nicht fragen? Ja, weil er dann bestimmt schimpft und er sagt bestimmt Nein. Das tut weh, oder? Ja. Was fühlst du, wenn er jetzt Nein sagt? Also man kann versuchen, mit dem Kind in Interaktion zu gehen und zu sagen, zum Beispiel, für mich als Ehefrau ist es nicht schlimm, ein Nein von ihm zu kassieren, aber ich kann dich als Kind verstehen, weil ich weiß, dein Papa ist alles für dich. Du hast ja Mama und Papa, die sind gerade für dich die Welt. Und wenn einer dich ablehnt, tut das höllisch weh. Ich kann das so nachvollziehen, mein Schatz. Und gleichzeitig wäre das so eine große Hilfe, wenn du ihn fragst. Ich habe gerade so viele Kosten und es fällt mir wirklich schwer, das jetzt zu übernehmen mit den Schuhen. Ich kann ja auch mit dir dabei sein. Ich kann dir Händchen halten. Ich kann, also man kann sich ja etwas ausdenken, wie man das Kind in dem Moment unterstützt. Aber der Kern der Botschaft dieses Podcasts ist es, dass wir versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und als Mutter kannst du es und als Vater auch, das in das Kind reinzufühlen. Das Gleiche gilt natürlich auch für kleine Kinder, 3, 4, 5, 6, also egal in welchem Alter. Wenn das Kind anfängt, respektlos zu sein, kann es sein, dass es irgendetwas gibt, was man als Elternteil übersehen hat, wo man das Kind in seinen Emotionen, in seinen Bedürfnissen vielleicht unterdrückt hat, unbewusst. Das kommt ja vor. Natürlich haben Kinder Phasen. Ich vermute, ich glaube, das waren mit zwei. Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt eine Phase, wo sie manchmal frech sein können. Da wollen sie sich natürlich ausprobieren. Da haben wir als Eltern jetzt nicht wirklich irgendwie, wo etwas unterdrückt. Aber ich will dich als Mutter und als Vater inspirieren, mal wirklich reinzufühlen in dich selber. Wurdest du denn von deinen Eltern in all deinen Bedürfnissen gesehen? Wurdest du denn in deinen Emotionen gewertschätzt? Durften sie sein? Und wenn nicht, vielleicht hegst du noch Groll gegen deine Eltern und denkst dir, so würde ich niemals mit meinen Kindern umgehen, dann ist es oft so, dass wir es unbewusst auf verschiedenen Wegen, wie jetzt in diesem Fall, weil diese Mutter hegt sehr großen Groll auf ihre eigene Mutter, und ist davon überzeugt, sie macht es auf jeden Fall anders, gibt es dann andere Situationen im Alltag, wo man es dann genauso macht wie die Eltern, ohne es zu merken. Und das ist es ja. Den Groll, den wir mit uns tragen oder die Wut, die Ablehnung, die geben wir auf andere Weise unseren Kindern weiter, wenn wir es nicht in uns bearbeiten. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Video hier oder mit diesem Audio inspirieren konnte. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare rein, wie es mit deinen Kindern ist. Ich bin sehr gespannt und bis bald zu einem der nächsten Videos.